und ja, na gut ja, kann ich da sind auch welche dann kann ich da aber auch nichts da hochklettern shit na gut, da kann ich hoch wie kann ich da jetzt hin ok, da komme ich nicht hin vielleicht können die mich werfen vielleicht haben die ja alle die Power naja da wieder rumtänselt, ne die muss ich mal gucken warte mal kriege ich die da irgendwie runter komm, guck mal mit meine kleinen Super Zombies die Karawane zieht weiter oder ich will wissen, was dieses Geräusch ist, ne wir fahren mal ganz runter vielleicht können wir da irgendwie vielleicht können wir da irgendwie weiter oh, diese armen Tropfen staxeln da so hin und her komm, ich nehme die Leiter ihr könnt ja ne, danke oh, zapp so die hellsten Lichter auf der Torte seid ihr alle, Michael aber hey schwimmen könnt ihr nicht ach, war das andere Seite ach, ich weiß es nicht mehr wir gehen mal ein bisschen marschieren was war das hier ok, das war's lass mich doch nochmal hoch da auf die Leiter so nein ach so guck mal rauf komm, mach rauf hier hellermann danke so, und hoch geht's so, pass auf zieh mal nochmal den Wagen hierher würde ich sagen, oder? geht das? oder war das falsch? ich weiß es gar nicht mehr doch genau, hier war es genau, hier war der Wagen so danke so, pass auf zack dass sie das automatisch machen finde ich irgendwie krass weil ich mich ja gar nicht bewege so so ok das war das jetzt muss ich da rüber mit diesem komischen Klotz da irgendwie hoch bekommen ich habe keine Ahnung wie wie kriege ich diesen Klotz da nach oben da vielleicht nur ein bisschen okay 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 warte vielleicht habe ich eine Idee aufstellen kann ich den auch nicht, oder? muss ich den mitnehmen? ey, macht keinen Sinn warte mal so oh Gott ok jetzt ich ja pass auf jetzt der war nämlich so drin zack da sind sie aber gemein sonst kommen mit Leute nicht stolpern ordentlich laufen zwei Bauarbeiter und ein hike guck mal runter so so guck mal na komm oh da fällt er so pass auf ähm aber wie ich verstehe das immer noch nicht okay jetzt habe ich glaube ich von hier aus alle okay von hier aus habe ich jetzt glaube ich alle Mitarbeiter wie mache ich das, dass die so das Ziel habe ich noch nicht ganz bei dieser Mission jetzt hier rausgefunden ah guck mal okay jetzt habe ich es jetzt habe ich es gecheckt okay wir brauchen also 20 20 Mitarbeiter wir müssen sie alle holen um das Tor zu öffnen okay jetzt jetzt macht es Klick so wie kriegen wir die anderen Genossen da raus waren hier die mit den äh mit dieser Lore ist das gar nicht mehr ja ja genau hier waren die okay wie kriege ich die da jetzt hoch ich runterkletter klettern die mit kommen die mit ne ne okay die bleiben da ähm warte mal warte mal warte mal vielleicht mich hochnehmen ist auch keine Option oder können die mich da vielleicht rüberschmeißen ja geil hallöchen freunde ähm okay jetzt habe ich es ja fast fast so zu dem Punkt so einmal Schwung ja sehr geil so wie viel haben wir 20 ich glaube wir haben 20 jetzt ne 1 2 3 naja ich zähle jetzt nicht müsste meiner Meinung nach schon fast 20 sein wir gehen mal zählen wie viel noch fehlen ich werde euch alle finden und noch welche fehlen aber ich glaube das müsste es eigentlich gewesen sein ich glaube das müsste es gewesen sein 20 brauchen wir auf auf alter wie einer fehlt noch gut nochmal nach oben ich glaube nämlich unten haben wir keinen mehr wir fahren uns mal nach oben noch mal nach oben noch mal nach oben dann machen wir das so fragt sich nur wo ist der eine der uns noch fehlt okay hier waren die anderen zwei das heißt wir müssen mal nach rechts gehen haben wir hier schon achso ja pass auf ne noch nicht ich werde sehr gut das war knapp bleib da stehen ja nix mal mein freund da ist Nummer 20 ich will jetzt wissen was da ist das wäre echt fies das wäre echt fies ne pass auf folgt mir meine kleine zombie horde jetzt bin ich gespannt alter alter klinetische druckwellen oder was alter was ist denn das für ein spiel man alter wie soll ich denn das schauen das war zu früh oh das war zu früh oh 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 alter alter schwelle das hat ja nicht so gut funktioniert oder alter schwelle schwelle lauf boah boah Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Pass auf. Beim nächsten Mal. Alter, ist das fies. Okay, beim nächsten Mal müssen wir es zuschaffen. Lauf, mein Freund. Lauf. Boah, alter Schwede. Nee, alter. Okay, warte mal. Irgendwo in der Mitte wäre cool. Ich bin jetzt mir nicht sicher, wir schaffen das nicht. Lauf, Digga. Wie soll ich das denn machen, ey? Alter Schwede. Okay. Kann ich das Ding auch irgendwie einer steuern? Ich glaube, das ist auch gar nicht hierfür gedacht. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wie lange wir brauchen. Schwierig. Kann man da vielleicht. Boah, das ist so fies. Ich glaube, wir müssen das Ding genau da machen. Das glaube ich. Ich glaube. Nein. Ich glaube, da. Ich glaube, da. Und da waren die. Dann schaffen wir das nicht. Aber wir können doch nicht den einen so, den anderen so machen. Okay. Aber... Und was jetzt? Alter, Alter, wie willst du das schaffen? Das ist ja unmachbar. Das ist unmachbar. Es sei denn... Nein, geht da gar nicht. Was ist da unten? Okay. Dafür bist du auch noch weggeballert, Alter. Okay. Nee. So. Naja, ich warte nochmal. Und Attacke. Und hoch. Okay. Ich kann nichts machen, ne? Ich kann nichts machen hier. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich doch. Das übersehe ich hier. Nee, das wird nix. Nee, das wird nix. Da. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da durchkommen wollen. Das ist unmachbar. Das ist unmachbar. Das ist unmachbar. Unmachbar. Das ist unmachbar. Wir kommen daher gar nicht hoch. Wir kommen daher gar nicht hoch. Das geht ja gar nicht. Guck mal, das geht gar nicht. Plus auf das Überlegen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.